Als Karosserie-Sperngler macht man eigentlich alles, was ausserhalb des Autos ist, z.B. wie eine Scheibe rausschneiden oder in die Türen ersetzen oder die Türen reparieren oder ausbülen. Also halt eigentlich alles, was nicht im Motorraum drin ist. Am Lehrberuf gefällt mir einfach die Vielfalt vom Beruf, dass es immer etwas abwechslungsreich ist, weil es gibt sehr viele verschiedene Autos, Modelle, Marken. Da gibt es auch noch verschiedene Schäden, weil es immer einen anderen Schaden kommt und man hat immer mehr und mehr zu tun. Und es gibt auch so eine Vielfalt von Werkzeugen, die man ausprobieren kann und Schweißanlagen und Ausbüllanlagen und sehr viel drum und dran. Als Arbeitgeber kann man viel geben, z.B. Schulmaterial wird zahlt und auch Fahrstunden werden zahlt, z.B. und man darf auch Fahrstunden während der Arbeitszeit nehmen als Lehrling jetzt. Und es gibt auch eine riesen Vielfalt von Arbeit und man kann auch in einem anderen Betrieb raushelfen, der halt anders ist als sein eigener Betrieb, was auch vieles ausmacht. Unsere Atmosphäre im Team, also wir jetzt als Karosserie Spengler Team, verstehen uns sehr gut, sind auch alle ein junges Team und wir können auch miteinander arbeiten, wir können es auch lustig haben miteinander und es ist eigentlich sehr angenehm. So macht es Spass, zu arbeiten. Also aus victory ich meine JOEF control. So macht es nur eine große Menge das rausgeist, zu arbeiten. Ich bin sicher con competitor mit den hier. Über die Zeit sind ja schön. So jetzt, wir können die Zeit nehmen und dort auch vielleicht zwei Tage übersehen. Also hier sind jetzt schon ganz可能 geschah bereit.